Die berühmte 300.000 km. So, wie wir da waren, Einzelrichtlinie, Stadt Nummer 19, jetzt einzeln, noch als Winter Hasselhoff, der Film hat einen Dkw mit der Stadt Nummer 50 gefahren, von Weber und Renate Sasche aus Gera, mit dem I-Fahrt Nummer 51, das sind Richard und Ike Hensche. Und auch Richard Hensche aus, mit diesen fantastischen Augen, mit uns verbunden, das ich noch wieder kenne, ein Jaguar-Rollster aus Gera, lang diese Karosserie, und hinten haben wir jetzt drei Knotsitze, so, und ein MG, das ist auch was Besonderes, dieser MG, und ein MG, der Rückgefahr von Islas, weiter rein, Stadt Nummer 54, Gerd, Liechke und Kastlin-Berber, sie kommen aus Sprengberg, also aus Ehrold, das sind die Strecke, das sind die Strecke, das sind die Strecke. Start Nummer 55, da haben wir wieder einen BMW, und zwar sind das Gerhard Müller, und dieser Helmrad-Adassierer, das ist die Strecke, 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 das ist die Strecke. Start Nummer 57, da haben wir den Mirko und die Simone Müller aus Liechtenstein, mit einem... Start Nummer 57, das ist die Strecke. So, wir haben alle wieder einen Mercedes, mit Start Nummer 58, Mirko und actually dizer piecumin werk, so. So, danke noch mal, ich bin jetzt auch noch ein paar Tage. Ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hier.